Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Letztes Mal sind wir auf diese Farm gestoßen, beziehungsweise die Farm, beziehungsweise die Farmbesitzer sind auf uns gestoßen. Und ja, wir müssen erstmal gucken, ob es hier wirklich sicher ist für Clementine, weil mir geht einfach kein Risiko mehr ein mit Clementine. Oh Gott, meine Reihen werden immer schlechter, aber das ist doch kein Verächter. Ich rede einfach mal mit ihm. So, was hast du gefunden? Ist das ein guter Ort, um zu bleiben? Ich werde immer nach oben schauen. Okay, bleib mich auf den Posten. Okay, der Typie, Typie, Typ ist, äh, ich hab ihn auch gesehen von hier. Ich sei jetzt da oder sei in die Richtung? Da. Also, wie ich mir den Lattenzaun ansehen, weil ich stehe auf Lattenzäune, das wisst ihr es. Also, wenn mir jemand einen Lattenzaun schenken würde, so eine richtig schöne Latte. So, dann sprechen wir mal mit, wie heißt er denn? Andy, Andy, wahrscheinlich Andy. Hi, hi. Ich bin froh, dass ihr euch entschieden habt, uns zu helfen. Ich habe nach dem Motel gesehen, dass die Leute ziemlich gut armiert sind. Ihr habt gekauft, oder? Ja, wenn jemand versucht, dass wir mit uns zu helfen, dann wird es schuldig. Na, zu retten, zu retten, ist wichtig. Aber in meiner Erfahrung, zu haben, dass die Leute so viele Arme sind, ist, wenn die Leute gefährlich sind. We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. An electric fence is enough to keep out walkers? Walkers? Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman, and he figured out how to amp it up with the generators. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzle and pop when they got too close. Closest thing to entertainment these days, I guess. These generators are enough to power the whole dairy? We got lots, and we've got to keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick, like us. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about three or four seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. So how's the place looking? Is it safe enough for us to stay? If we can? It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. What's up with you telling him what I said about him thinking I'm dangerous? Look, you said it. You even admitted it right to him. I try to be civil at least. He's too busy being cranky to notice. Oh, muss ich den jetzt... Licht? Was für ein Licht? Warum steht das? Oh, nein. Nicht abstürzend Spiel. Andy said, when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Ah, poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, hope he was already dead. Man kann ja immer einen Pfeil gebrauchen. Ich hab so Angst, dass der Zaun gleich irgendwie angeht oder so. Come on, I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Eh, well it's useless without gas. We might need food, but the St. Johns need gas too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. I don't trust them anymore. These folks are just a lay in the inevitable. This place is gonna fall apart, just like everywhere else. Maybe you're right. There's another one. I see it. Oh, er hält sich fest. Er ist hält sich fest. Wenn wir jetzt draufschlagen, machen wir den Zaun nicht kaputt? Ach so, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, das meinte ich nicht. So, was ich gar nicht machen? Ich glaub, die sind zusammengeschmeißen. Ja, glaub ich auch. Äh. Äh. Nope. Christ. Ich kann's stopp thinking about dinner. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids, but... It's all that's keeping me on my feet right now. Just try to focus on the task. They knew what they were doing. Teasing us with food and then giving us chores. Uh, having a good meal will be worth it. Come on. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better leverage from the other side. Good idea. Mm-hmm. Mm-hmm. A little help here, Lee? If you're waiting for that guy to help, it ain't gonna happen. Come on. Ich hab das Gefühl, er ist nicht tot. Ich hab das Gefühl, er ist nicht tot. Gleich passiert irgendwas Böses. Gleich passiert irgendwas Böses. Okay. Oh, ich muss Q drücken. Entschuldigung. Ich hab das Gefühl, er ist das Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Dann geht es nicht tot. Nach Also wenn ich die Sorge, er ist das Gefühl. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl, dass ich die Sorge zu verstanden habe. Oh, kann ich das nicht bewegen? Ah! Äh. Fuck, äh. Ich hab noch keine Ahnung von Traktoren. Vorsichtig. Oh Gott. Fuck, die würden uns killen. Das wäre mein dritter Tod. Ich will nicht nochmal sterben. Bitte. Ach du. Nein, da ist ein... Walker. Okay. Okay, und, äh... Geh schon weg. Beweg dich langsam, Lili. Ganz vorsichtig. Wir wollen zum Tor. Ist das nicht offensichtlich? Ja, komm, dann... Nehmen wir den auch noch weg. Scheiße! Oh, fuck, 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 fuck. Warum immer ich? Nein, 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 nein. Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Können da eigentlich jetzt die Walker reinkommen, wenn das nur unter Strom steht? Und die anderen Leute? Die können doch durchs Tor kommen. Das ist eine Schwachstelle. Die Elektrik Fence kam auf. Die Leute angefangen aus den Wurzeln, und wir sind in den Wurzeln zwischen dem und der Wurzeln. Holy shit! Du bist okay? Ich hörte Mark yelling. Ich dachte, dass ihr alle mir das alles klar habt. Man, ich bin echt schuldig. Oh, mein Gott! Was ist das zu dir, sweetheart? Es waren die Böse in den Wurzeln, Mama. Ja, ich werde alles gut, wenn es rauskommt. Aber Gott, es tut mir leid. Hey, ihr euch! Mark, oh mein Gott! Gott, was ist passiert? Er wurde mit einem Wurzeln. Christ, bist du okay? Ja, ich bin okay. Ich sollte es einfach rauskennen. Oh, nein, honey. Komm schon, Brenda hat dich. Komm schon in die Zeit, jetzt. Wir haben dich alle auskennen. Well, du musst bist der Böse. Was ist das? Wir haben einige Leute auf den Weg hier. Bandits, ich glaube. Ich glaube, es war sie, die Attacken uns. Sie haben uns viele Probleme in den Anfang. Sie haben ein paar von unseren Farmhänden. Wir konnten sie aufhören, um ein Deal zu machen. Und wir konnten sie aufhören, um diese Leute zu machen. Food für Schutz. Nicht wie wir hatten, wir hatten eine Chance. Aber sie haben uns verhörtert. Gott, verdammt! Doug hat gesagt, dieses Ort war sicher. So much for your deal. Oh, shitheads broke the agreement. Look, I'm sorry, Lee. If I had any inkling they were gonna give you guys trouble, we would have gone out there with you. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Bandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor in. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, call your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Doug? Since Doug ate half the biscuits on the way to get us, I had them stay back. I still don't think we should be trying to stay here, and someone's got to watch the motor in until we get back. Hey, uh, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. I hope your kids like swings. A swing? I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doug. Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah. Thanks. Anytime. We're looking out for you. Hat man ja gesehen, wie er auf uns aufpasst. Das hat man ja gesehen. So, wir müssen aber für Mark uns rechnen an den Banditen gleich. Obwohl, würde ich gerne mit Clementine reden und mit Kenny, wenn er schon mal hier steht. Mit Kenny bespreche ich einfach mal die Lage so, während er seinen Sohn schubst. Also, anschubst, nicht runterschubst. Das wäre ja gemein. Ja. Mensch. Ganz ehrlich. Warum kann ich von der Seite mit ihm reden? Hey. Hey, Lee. Found anything interesting? I'm just trying to make sure this place is secure. In case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods. Seems pretty safe. Good to know. Keep your ears open for anything else that might help us. Did Duck and Katja get here okay? No, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Well, if everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. I hope you're right. Duck and Clementine deserve a better life than starving to death at some crappy motel. How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking, cold sweats. I thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah, but I'm not just talking about one meal, you know? I guess, uh, Lily isn't too thrilled about being here. I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food, and I'm not about to sit around that motor in and watch him go hungry. You're with me on this, right? Yeah, of course. Lily's judgment is clouded. But you've got a pretty clear head about these things. I'm gonna go have a look around. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It'd be a good opportunity to find out a bit more about the St. Johns and their relationship with those bandits or whatever. Yeah, right. I'll see what I can find out. Ich weiß, ich vertraue Kenny wirklich am meisten. Wir kennen ihn ja auch von allen irgendwie am längsten, also abgesehen von Clementine. Aber ich glaube nicht, dass wir den Achtjährigen die Entscheidung überlassen sollten. Das wäre ein bisschen... Was ist das eigentlich? Achso, das ist Kenny. Ich dachte so, ich kann mit dem Stein hier sprechen. Hey Stein, wie geht's dir so? Oh, cool, gut. Hey, Clem, du möchtest den Swing? Yeah, es ist Spaß. Be sicher, Andy, danke dir, okay? Ich will. Will du mich auf den? Sure, happy to push you on the Swing. Mind if Clementine takes a turn? Alright, Duck, let Clementine have a try for a bit. Okay. Clem darf auch mal unsere kleine Maus. Oh, sie ist so niedlich. Oh Gott, sie ist so süß, ey. Pfff. Ha. How are you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Yeah, lucky out there. Would have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Man, we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky too. Ever since I met you, I've had good luck. So don't worry. Okay. What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things were better than all they were born? Yeah. I'm not sure where. One day. Things have got to get back to work. That's good. I hope it's soon. Yeah, me too. Oh Gott, wir können der Kleine noch nicht die Wahrheit sagen. Wir können's einfach nicht. Ich kann mir nochmal den Lattenzaun anschauen. Nein, ähm, wir holen jetzt die Banditen von Mark und bringen sie um. Also wir gehen zu, äh, Andy und Dan. Ja, da. Ja, wir wollen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ach, die arme Kleine. War auch groß genug. Oh, ich will niemanden erschießen. Ich bin kein Monster. Amalie ist das, oder wie? Was soll ich mir sagen? Ich schleiche ins Lager. Schon wieder sowas. Ich glaub's nicht. Ich bin in Schleichen nicht sonderlich gut. Nichts nicht. Ich kann das nicht. Ich schauze mein Bruder, Lee. Ich will einen 10-10-Jahren. Was ist das? Ist das nicht noch ein Zelt da hinten? War nicht noch irgendwo ein grünes Zelt oder so? Oder ist das ein Stein? Was ist in den Boxen? Sie sind von Save-Lots. Die ersten paar Tage, sie sagten die Leute an die Save-Lots nach der Interstate. Was ist etwas wert? Nicht, wenn man ein paar in den Kanten braucht. Ich gehe. Was gibt's hier noch? Warenkorb. Ich will den Warenkorb sehen. Der ist aber leer, oder? Hm. Looks like they were moving a lot of stuff. Empty. Was hat über Superberg? Wir haben sie nicht gewählt. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich hier auch mal für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge.